Ein Hoch auf unseren Busfahrer, 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 ein Hoch auf unseren Busfahrer, Busfahrer. Hallo meine Damen und Herren, ich bin's, euer Karle Koschinski, euer Busfahrer des Vertrauens. Ihr kennt mich vielleicht aus Filmen wie, willst du ein Bild von meiner Katze sehen, sie heißt Mauzi, oder? Ich fahr durch Spandau, aber irgendwie gibt's keine Autokollision, Dingsbums da, ich weiß schon, da dieses komische Omsi-Dingsbums-Spielchen da. Ja, jetzt gab's natürlich eine lange Busfahrerpause, möcht ich jetzt schon fast mal meinen, irgendwie so gewesen. Und heute hab ich mir gedacht, ich nehme mal meinen Bus und forme ihn zu einem Rennauto. Und das werden wir jetzt hier und heute tun. Wir gehen in den Mehrspieler und schauen uns einmal an, was es denn hier so zu geben. So. Oh, ich bin schon direkt irgendwo drin. Klassenrekorde A. Was ist denn jetzt kaputt? So, was gibt's denn hier für Geschosse? Ist das ein Sofa-Auto oder was? Geht gleich los, ne? So, gucken mal, was es hier so gibt. Oh, das ist er. Ja, das ist der Mann fürs Leben, ne? So. Fast fünf Tonnen wiegt das Gerät, Alter. 4.800 Kilogramm. 4.02 PS at 1.500. Genau. Alter, der hat einen Leichenwagen. Da ist eine Leiche hinten drin. Sind da Katzen drin? Die Maunzi heißen? Ha, 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 ha. Rein. Oh mein Gott. Okay, es gibt genau zwei Schoolbusse. Den lasse ich, den werde ich zeigen. Der will Ärger. Alter, wie fährt denn der? Wie eine Pottsau. Ey, sag mal. Wie soll ich so die Leute abholen? Ganz, ganz, ganz eng. Oh mein Gott, hier ist richtig was los. Ach, du Schande. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Busfahrer. Aua. Uuuuuh. Oh. Au. Ui. Oh mein Gott. Richtig zerdeppert. Uuuuh. Alter, Doc Norris. Doc Norris. Doc Curie. Ey. Die fahren hier alle in die Seite rein. Die spinnen wohl. Alter, ich hab... Mein Auto ist richtig zerdeppert. Wie soll ich denn so die Leute rechtzeitig abholen? Die spinnen wohl. Ganz entspannt, ja? Da will man hier ganz entspannt mit seinem Autobus hier... Äh. Komm, Willi. So. Und du kommst auch Willi. Ich will hier Bus fahren, Allah. Oh, mein Bus sieht von vorne aber nicht mehr so gut aus. Alter! Alter! Oh, p***! Dem Auto geht es nicht mehr so gut. Look at this, Alter. Richtig am Dampfen schon vorne. So, jetzt schauen wir mal. Ich meine, wir haben hier noch nicht eine Person eingesammelt, ne? Was ist das denn hier für eine Route, sag mal? Alle einsteigen, alle einsteigen. Der Bus fährt gleich ab. Zeigen Sie mir Ihre Fahrkarten. Alles super. So, so. Wir fahren natürlich immer auf der richtigen Straßenseite. Irgendwie fahren die hier alle wie bekloppt. Ich verstehe das überhaupt nicht. Oh mein Gott, ein Riesenunfall. Oh, Klose. Alter, die fahren hier wie die letzten Säue. Oh mein Gott, der Bus brennt. Der Bus brennt ordentlich. Wuhuuu. Shit. Gut. Hol mal den Kran raus. Ah! Spinn die oder мы? Was denn jetzt wieder? Oh, Jay schreibt mir. Yo, Kalle. Bock auf Wreckfest? Ist das der Zufall oder was? Ja, gern. Abfahrt. Hallo, ist da jemand? Hallo. Hallo. Oh, oh, oh. Okay, drei, zwei, 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 zwei. Wie fährt man? Dabei ist der Kalle, unser Busfahrer. Hallo. Jawohl, und der Ray. Hey, Ray. Moin. Ja, und Jay und Sepp und ich. Aua. Vielleicht bist du special im Kopf, aber du bist kein... Den hast du es gegeben, Peter. Oh, ja, danke schön, Kalle. So, wie wollte ich hier vorbe... Oh, Moment. Hier kommt kein... Oh, oh, oh. Wo kommt der Bus hierher? Oh, oh. Oh mein Gott, da kommt der Bus entgegen. Ich werde jetzt hier ordentlich reincrashen, Aller. Hallo. Oh. Oh mein Gott. Entschuldigung. Also ich muss sagen, mit dem Bus ist nicht ganz einfach. Oh. Oh. Oh, Kalle mal ein Leben. Ich bin kaputt, was? Ach, Kalle. Wieso bin ich kaputt? Ich glaube, ich brauche ein Auto, was mehr aushält für diesen Server. Jetzt einfach das da und hau ganz viel Zeug noch rein, kriege ich das noch hin. Wie oft fahrt ihr so Bus in eurem Live? Früher bin zur Schulzeit bin ich auf Bus gefahren, hat mich mega abgekotzt. Alter, ich bin vorne erstmal wegfahren. Ja, der bleibt natürlich direkt gestiegen. Erstmal wegfahren. Ey, der fährt mir hinten rein, was stimmt denn nicht mit dem? Ey. Oh Gott, ich wurde direkt gepumpt. Oh. Absinnlich. Ich bin demoliert. Ich bin demoliert. Check. So. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Ich auch nicht. Da war einfach nur... Sepp, pass mal auf hier. Alter, Kalle. Ja, sorry. Ich muss schnell von A nach B. Ich habe schon Verspätung. Euch läuft gar nicht, oder? So. Alter. Ich glaube, ich mache Wurst. Oh. Alter, hier ist richtig was los, Bruder. Kalle, kann ich bei dir nur einsteigen? Ja, klar. Ich halte in der nächsten Runde bei dir an. Oh. Shit. Okay, Kalle, kann ich aussteigen? Nein, nein, nein. Das haben wir gleich. Kann ich wippen? Kann ich wippen, ne? Du kannst rutsetzen wieder. Ja, ja. Atom 2020. Ich muss hier den anderen Bus. Der muss raus. Oh, Alter. Richtig am Driften. So. Oh, der würde ich... Oh, oh. Alter, zu verschlagen. Ah. Atom. So. Ich bin der schnellste Bus auf dieser Map. Ich habe Angst, dass mich jetzt hier jemand rein... Oh. Oh, Alter. Oh, mein Gott. Was? Aui. Alter, das hat richtig gezimmert im Karton. So, wie kann ich jetzt Peter zugucken? Also, dein Auto sieht nicht mehr so ganz gut aus. Ich meine ja nur. Nee, ich habe ein paar gute... Ich der Fahrer auch nicht. ...schafft. Ja. Leicht ein Schläfchen. Warte mal kurz. Also, Peter, geht es dir gut? Weil ich meine, dein Kopf ist ein bisschen eingeditscht. Ich weiß nicht. Das sieht nicht so gesund aus. Ich würde mal zum Arzt kommen. Ey, so sehen Rennfahrer aus. Wie ein Schluck Wasser in der Kur. Ist doch auch so, der Bus-Koop sieht auch nicht mehr so voluminös aus, möchte ich anmerken. Ja, lass den Panzer nicht. Gibt es Panzer? Nee, leider nicht. Nein. Diese Lache, ey. Okay, das heißt, ich bin Fütter und Treppchen könnte noch drin sein. Alter, die werden noch wrecked. Du musst den... Du musst den... Hä? Wie... Wo sind die denn alle? Ja, ich weiß nicht. Du musst den noch mal ein bisschen schneller da hin. Du fahrst den noch mal weg. Oh Gott! Alles gut. Alles gut. Okay. Dritter? Nice. Dritter sozusagen. Hast du ihn überholt? Weil er hat dich auch noch überholen lassen. Fehlt die Hälfte von deinem Motor, kann das sein? Ja, läuft noch, ne? Ich glaube, ich werde ab und zu eine Bushaltestelle anhalten. Ja, war ein geiles Rennen. Ich bin 15. geworden. Es gibt nur einen wahren Busfahrer, ja? Und das ist? Kalle. Danke. Oh, ich dachte schon. Ich hatte gerade kurz Zweifel. Ey, komm, ich bin schon wieder... Ich bin schon wieder genau in der Mitte, wo gleich geknautscht. Ja, passt auf. Ey, das ist noch ein Bus. Ich raste aus. Ja, komm. Was ist das denn? Ich weiß nicht. Ich werde schon direkt wiedergefunden. Was ist das denn? Oh mein Gott, hier wird direkt... Eieieiei, Eieiei. Das ist das Thema. Stopp, 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 stopp. Ich muss anhalten, anhalten, anhalten. Ach, wieso? Ich dreht, Alter. So. Kalle, ich klebe an deinem Arsch. Ja, machen wir nicht. So, wir springen jetzt einmal. Hoppala. Oh, ich kann gar nicht. Alter, Sepp, du hast eine richtig geile Axt oben drauf. Alle einsteigen? Bei mir steigt keiner ein. Wieso steigt hier keiner ein? Aber hier ist auch keiner. Shit. Ich glaube, deswegen steigt keiner. So. Ich habe gerade versucht, sich der komische Lkw da wegzuwollen. Boah. Oh, Leute, ey. Hat dir gelitten? Da hinten ist der andere Bus. Aber die Fahne extra in die ich rein. Das ist doch nie gesehen. Eieieiei, eieieiei, eieieiei. Wir hatten schon lange keine... Oh. Die wollten mich alle rammen, aber nicht mit nem Kalle. So. Ich würde hier gerne nochmal anhalten irgendwo. Leute, mit dem. Oh mein Gott. So, guck mal, hier ist noch einer geragd. eigentlich nicht so überleben, mehr brauchst du gar nicht machen, ist direkt Podium. Macht euch mal alle gegenseitig weg. Ey, General Bambus, was soll dat? So, Lipo Kuno, Allah, ich mach's nach Hause. Aui, Alter, Ivan. Yo, Peter, hol mal den anderen Bus vorm Hof hier. Ja, da hinten ist noch einer, guck mal. Hier muss man systematisch aus dem Spiel nehmen. Hallo, Karle. Moin. So, meine Damen und Herren, bitte einmal einsteigen, das wäre jetzt super. Einmal bitte rein hier, ja, wenn jetzt noch mal dabei sein muss. Ja, der Bus hat Probleme, sag ich jetzt mal. So, also, ich bin schon in Runde 3 gleich, das ist mehr als ich jemals in diesem Spiel geschafft habe. Vor allem mit einem riesigen Bus. So, Tom haben wir schon mal weg, den Dödel hier und Boris kommt auch gleich hier. Also, der andere Bus ist schon wieder auf. Hä, Ray, spielt hier auf Sieg? Ray, wenn du noch fahren kannst, mach den Bus weg. Ich hab alles kaputt, alles kaputt. Tschüss, Boris. Wo ist das Kalle hier vorne? Ach, dann bist du, Lutscher. Verpick dich. Kalle, lass mich noch rein. Ja, ja. Hast du ein Foto von deiner Katze dabei? Ja, hab ich. Wie heißt die? Wie heißt die? Sammy. Ne, dann nicht. Dann nicht. Aber deine Axt gefällt mir. Ja, ich weiß. So, den müssen wir wegmachen, den Pink Panther da vorne. Nein, raus. Das muss ich echt beeilen. Es sind nur noch drei Leute. Das wird von der CPU gesteuert, Kalle. Oh, wo fährt er denn hin? Ich hoffe, dem geht's gut. Beendet? Ey, ich bin geil, jetzt hier gefahren. Und dass der Rizutrox hier auch im Bus nimmt. Von der einkritzreiche und crashreiche Runde Rapfest. Vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Ja, tschüss. Tschau. Trauriger Kalle. Bis zum nächsten Mal.